Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Ich möchte bitte ein Spiel ladern und zwar Foreign Invasion. Da haben wir letztes Mal angefangen. Ich glaube das waren 20-30 Minuten maximal. Und wir bleiben bei Schwierigkeitsstufe listig glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, dann war das so. Und bevor es los geht schauen wir ganz kurz ob die Aufnahme auch läuft. Jupp jupp jupp. Dann schalten wir auch gleich mal um. So schaut das schon viel besser aus. Und dann geht's los. Okay. Ich habe keine Ahnung wo wir stehen. Ich glaube ich wollte nach einem Planeten am anderen Ende des Sonnensystems einnehmen. Ob mir das gelingt? Das ist eine ganz andere Frage wieder. Aber das sehen wir gleich. Die Musik die knallt da schon ordentlich rein. So. Genau. Den, 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 den. Also ich habe meine Planeten abgesteckt. Mein Gebiet. Mehr will ich auch gar nicht machen. Ich weiß nicht mehr was ich als nächstes machen wollte. Orange ist ein Feind wie es ausschaut. Phasensprung abgeschlossen. Phasensprung abgeschlossen. Ich habe doch sicher irgendwo eine Flotte. Aufgepasst. Okay. Genau. Zivile Infrastruktur. Das ist wichtig. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. So. Und ich bin schon wieder sofort nervös weil ich nicht weiß wo ich stehe. Ich habe ein bisschen geforscht. Forschung abgeschlossen. Was haben wir geforscht? Laserverstärkung. Ja genau. Bauwerk komplett. Verbündete Truppen werden angegriffen. So. Die greifen an. Nur schnell. Ich sollte den eigentlich helfen habe ich das Gefühl. Aber mein Panzerkreuzer ist schon sehr stark geschwächt. Bestätigt. Ich glaube ich habe auch nur noch den oder? Zeit ist knapp. Was soll zerstört werden? Ja. Ansonsten habe ich flottentechnisch. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Gar nichts mehr. Ich habe nur ein Kolonieschiff und das war's. Geben Sie den Befehl. Nur schnell. Und ein paar leichte Fregatten. Das ist nicht viel. Da ist ein Kolonialschiff. Da auch. Ja und das war's. Nicht ausreichende Metalle. Also da ist nicht viel grad mit hin und her. Wir benötigen eine Titanenwerft. Bauwerk komplett. So. Erstmal ein bisschen Geld machen jetzt auf den Schock. Die kämpfen da. Ja. Und ich weiß nicht ob ich mich da einmischen sollte. Sollte ich eigentlich ein bisschen XP farmen. Zeit ist knapp. Ich schick den jetzt einfach mal mit da rein. Auch wenn der gut geschwächt ist. Aber vielleicht kann man eine Atombombe schmeißen und dann wieder abhauen. Irgendwie sowas. muss man mal gucken. Ja. Planetenentwicklung abgeschlossen. Der ist erdähnlich. Erdähnlich gibt's sehr viel Steuergeld soweit ich das verstanden habe. Der Planet unserer Alliierten steht unter Belagerung. Aber das ist nicht so schlimm. Da ist nicht so viel. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Gibt's was für mich zu tun? Nicht wirklich. Das gehört keinem. Dann gehen wir da rüber. Erwarte Befehle. Okay. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Was soll zerstört werden? Piraten. Aber auf wen? Auf mich. Das kann ich mir fast nicht leisten. Es wäre besser wenn sie den Roten angreifen würden. Obwohl es sind doch die schwachen Piraten. Ja das geht. Dann sitze ich den Piratenangriff einfach aus würde ich sagen. Planetenentwicklung abgeschlossen. Und schau dass ich ein bisschen mehr Kohle mache. Ich hätte gut Lust da hinzugehen. Militär. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Aber die sind teuer. Die sind einfach teuer. Ich brauche Kohle. Ich brauche einfach Geld. Handelsposten haben wir schon. Zeit ist knapp. Okay das sieht nach. Ist was für mich zu tun? Das sieht nach einem Sieg aus auf dieser Schlacht. Auf diesem Schlachtfeld. Das gefällt mir aber nicht. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ja die greifen halt sehr schön. Die helfen mir. Unsere Flotte wird angegriffen. So. Nicht ausreichende Metalle. Ja die Metalle. Die sind so eine Schwachstelle von mir. Nur schnell. Bauwerk komplett. Was macht denn so Nebel? Nichts. Doch. Fähigkeiten deaktiviert. Okay. Spannend. Ich spring da jetzt mal mit. Oh. Level 4. Meiner ist grad nur Stufe Level 3. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Oh. Da greifen die Gegner aber ganz böse an. Orange ist böse. Ja. Ja. Wie viel kostet das denn? Baut's mal. So. Zeit ist knapp. So wird Raumschrott gemacht. Den werde ich kaum abfangen können. Den vielleicht eher. Verbündete Truppen werden angegriffen. Okay. Die Piraten greifen bald an. Ich glaub das der Balken der anzeigt wann der Angriff durch geht. Das ist natürlich praktisch zu wissen. So. Handelsposten wären super. Kann ich mir aber grad keine leisten. Weitere Forschung nötig. Da hab ich schon einen. Ich baue überall einen Handelsposten. Erstmal. Der Rest muss man sehen. Ich sollte nicht so defensiv spielen aber ich hab einfach kein Geld. Hm. Dabei hab ich die meisten Planeten so ziemlich aus meiner Fraktionsgruppe. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Oder hat er aber schon viel. Tastfrautkreuzer, Aggressor und 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 und. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Zeit ist knapp. Bauwerk komplett. Ich glaub da kann ich nicht lang bleiben. Nur schnell. Aufgepasst. Die sind so gut wie erledigt. Ja der hat da auch ein sehr starkes Schiff. Zeit ist knapp. Die sind so gut wie erledigt. Aber vielleicht können wir das schaffen. Wie teuer ist denn das? Da steht nicht dran. 85 würde ich schauen. Was soll zerstört werden? Weil die leichten Fragatten werden es nicht überleben. Aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Bauwerk komplett. Unsere Flotte wird angegriffen. Unser Planet wird belagert. Aufgepasst. Höchste Zeit. Jetzt geht's rund. Greif nur da an und dann hau mal ab. Aufgepasst. Was jetzt? Die Schiffe machen das nicht lang. Nur schnell. Ja ich weiß nicht. Verbündete Truppen werden angegriffen. Aufgepasst. Obwohl das Schiff könnten wir uns schon holen. Das sollten wir jagen. Das wäre gar nicht so dämlich. So Handelsposten. Und haben wir da einen Nuke drauf geschmissen? Ich hoffs mal. Die Nuklearrakete. Das hätte eigentlich schon helfen müssen. Die halten noch gut durch. Flieg doch mal näher ran. Nicht dass die abhauen wollen. Die sind so gut wie erledigt. So. Nur schnell. Es bringt nichts mehr ein das Empire anzugreifen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Schaffen wir das? Wenigstens das Schiff zerstören. Und dann abhauen. Obwohl ich glaube ich muss vielleicht gar nicht abhauen. Sie sind so gut wie erledigt. Sie sind so gut wie erledigt. Ah. Das sieht gut aus. Da ist es knapp. Ich hab noch kein Level ab. Ist das für mich zu tun? Oh, ich kämpfe hier wirklich in der Unterzahl. Aber die Kampfschiffe, die machen wir schon. Irgendwie zumindest, habe ich das Gefühl. Unser Planet wird belagert. Bauwerk komplett. Ist nur ein Lotse, der macht nichts. Ein Lotse macht nicht viel. Was soll zerstört werden? Level up. Verbündete Truppen werden angegriffen. Ah, hier sind die Piraten. Oh, der Handelsbosten, der tut weh. Forschung abgeschlossen. Ja, kann ich gerade nicht viel machen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Nur schnell. Ich glaube, ich muss jetzt hier dann weg. Obwohl, der hat zwar hier viele so Schiffe, aber ich glaube, das macht nichts. Also, zusammen mit dem, seinem Großkampfschiff, geht das schon. Aber ich sollte da trotzdem mal ein bisschen Verstärkungen draufschicken, glaube ich. Also, das ist teuer. Gibt es hier nichts Besseres? Das ist nicht die Bomber-Frikade. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Flak-Korvette. Ich glaube, die ist ganz gut. Forschung abgeschlossen. Höherer Schaden erleide. Ja, das ist nicht schlecht. Muss ich aber erst erforschen. Reparatur werft er auch sehr gut. Aber ich nehme jetzt diese Korvette und dann holen wir uns diesen Prototypen. Vielleicht gehen wir doch bald auf den Titan. So lange die das durchhalten, passt das schon. Das hört sich nicht so gut an. Was soll zerstört werden? Also, die halten hier schon durch. Aber ich glaube, ich forsche da lieber ein bisschen mehr Schilde und Rüstung und sowas. Dass die vielleicht noch ein bisschen länger durchhalten. Zeit ist knapp. Jetzt geht's. Und ich hab was für dich. Und dann ist natürlich die Frage, ob ich ein zweites großes Schiff bauen kann. Aber ich glaube, da fehlt mir Kommandeurs-Punkte. Habe ich 50 versorgen? Nee, geht nicht. Ich glaube, ich muss dann langsam auf Flotten-Logistik hochgehen. 9 Prozent. Es geht nicht anders. So. Und dann vielleicht nochmal... Warte. Wo ist denn die Raffinerie? Wo forscht man denn die Raffinerie? Hier. Vier zivile Basen. Zivile. Boom. Schauen wir mal. Der haut ja ab. Ups. Falsch. Ah, mein Schiff lebt noch. Seins auch, aber das ist nicht mehr lange. Das wird ein Problem. Aber das schafft... Ich meine, er hat eine Stufe für... Eigentlich sollte der sich zurückziehen. Wäre besser, aber... Der scheint den umbringen zu wollen. Wir könnten hier wirklich was reißen. Theoretisch. Erwarte Befehle. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Ob das denn jetzt schon wieder? Ich habe immer noch die anderen Piraten hier hinten, die halt übelst nerven. Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Okay, auf und tschüss. Oh, der ist da schon sehr stark dabei. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. So, was bauen wir? Ich habe schon... Ich finde den Träger so gut. Aber Schlachtschiff ist auch sehr stark. Wollen wir uns den mal. Ja. Ich glaube, ich bin auf ganzer Linie am Versagen. Noch lebt mein Schiffchen, ne? Ja, okay, das kommt auch ganz gut weg. Ich muss die Gauss-Kanon noch ein bisschen versperren. Nein, eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Gibt es eigentlich wieder... Aufgaben? Nein. Es ist ja schön, wenn die Piraten hier irgendwann mal abhauen würden. Aber ich glaube, sie zerstören das Ding. Und das tut dann tatsächlich sehr weh. Naja, um die muss ich mich halt demnächst kümmern. Ich glaube, da schicke ich dann den Träger zum Leveln hin oder so. Hier, fette Schlacht. Die Gauss-Kanone, die macht halt auch nicht viel. Alligierte Verstärkung ist eingetroffen. Ne. Der Krieg hat begonnen. Kampfbereit. Guten Tag, Commander. So. Jetzt nehmen wir erstmal das. Fliegen dahin. Ich hätte gern dieses Anti-Flag-Fregatte. Die ist gut. Weil der baut sehr viele... Ja, ich brauche ein zweites Militärlabor. Das ist das Problem. Wo stellen wir das auf? Nirgends. Berechne Sprungkoordinaten. So wie es ausschaut. Okay. Zeit ist knapp. Der muss nochmal springen. Ha. Ist die Frage, ob wir das überleben oder nicht. Abgesprung abgeschlossen. Es könnte böse ausschauen. Forschung abgeschlossen. Das Handelszentrum steht tatsächlich noch. Aber die Piraten merken. Ich lasse mich nur ganz kurz gucken. Äh. Passt. Alles gut. Das war wichtig. Ne. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. So war es. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So. Kämpfe. Ich hoffe, dass unser Schiff das durchhält. Bestätigt. Jetzt geht's rund. Ich hab was für dich. Okay, die hauen ab. Also ich bin hier wirklich nicht sicher, ob das läuft oder nicht läuft. Die Schilde. Eines unserer Großkampfschiffe sind unten. So. Reparatur werft. Ende. Ich muss mich ja hier ein bisschen drum kümmern. Haben sie was für mich? Und weg sind wir. Ja, dann beeilt's euch. Noch steht der Handels. Ich find das erstaunlich, dass der Handelsposten immer noch steht. Aber der macht's nimmer lang. Der wird demnächst kaputt gehen und dann war's das. Ich hätt sehr gerne Raffinerie. Weil ich glaub, dass das sich richtig lohnt. Kann ich mir aber immer noch nicht holen. Was macht denn das da? Kostenverringerung. So eine Verstärkung greift in die Schlacht ein. Äh. Naja. Brauch ich jetzt gerade nicht. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Eine verbündete Harte ist eingetroffen. Ah, das kann ich mir holen. Orbitale Veredelung, das gibt's als nächstes. Kein Handelspass. Vielleicht schaff ich's noch. Zeit ist knapp. Unsere Flotte wird angegriffen. Schafft das Schiff das? Ja, ist überlebt. Aufgepasst. So, die springen jetzt wieder da hoch. Ich weiß echt nicht, ob das gut ausschaut oder nicht. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Kolonieschef? Mauerwag komplett. Ah, nee, Schlachtschiff. Okay. Berechne Sprungkoordinaten. Guten Tag, Commander. Ja, der springt jetzt. Noch mehr Piraten. Kampfbereit. Ja, jetzt muss ich hier hin. Jetzt geht's nicht anders. Wenn wir so viele Gegner sind. Das ist natürlich problematisch, ne? Moment, ich wollte irgendwas bauen. Ja, genau das wollte ich machen. Komm Link aktiv. Kampfbereit. Feuer freigegeben. Ich mache kurzen Prozess mit Ihnen. Feuer freigegeben. Ich mache kurzen Prozess mit Ihnen. Für die Heimatwelt. Ich glaube nicht, dass da an das Posten ist lange noch. Das Geld will ich gerade nicht ausgeben. Das könnte ich nämlich irgendwann brauchen. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Hoffentlich sterben die bald. Müssten sie aber. Ja, jetzt gehen sie kaputt. Weil sie keine Trägerschiffe mehr haben. Die Jäger halten das nun mal durch. Okay. Ah, hier ist schon Logistik fertig. Das ist böse. Schade. Na gut. Ja, das Posten steht immer noch. Vielleicht kann ich ihn echt retten. Das wäre super. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ich glaube es fast nicht. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Nee, das braucht es gerade gar nicht. Nein. Ah, was ist das denn? Alle Energie auf den Sprung antrifft. Interessant. Aha. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Das klingt nicht schlecht. Aber ich weiß ja nicht. Was macht das hier? So eine Flotte wird angegriffen. Das klingt sehr nützlich. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Nicht ausreichende Metalle. Zusätzliche Credits benötigt. Ich verliere Credits. An was denn? Ich gewinne Credits. Ja, genau. Komm Link aktiv. Ah, jetzt ist der Handelsposten fertig. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Okay. Puh. Das ist schon knifflig. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.